Geht's dir besser? Ja, scheint zu wirken. Tja, leider wird die Wirkung schnell nachlassen. Das Mittel hat dir höchstens ein bisschen Zeit verschafft. Kann es weitergehen? Ich schaff das schon. Ashley ist wichtiger. In dem Fall wissen wir, was zu tun ist. Dann komm, Sancho Panther! Retten wir Prinzessin Dulcinea! Du tust dir bloß weh. Hey, das war meine Lanze. Okay, ist gut, ich komm ja. Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Kein Grund misstrauend zu sein. Ich will einfach bloß helfen. Willkommen! Hab seltene Ware im Angebot, Fremder! Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Ein hervorragender Deal. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Kleinigkeit. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Das ist, was ich derzeit habe. Na dann, was kommt jederzeit wieder? Ja, ich bin ja. Ich gehe zu Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Und entschauen wir mal. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Hey! Seit wann ist das hier eine Sackgasse? Da ging's eigentlich zum Ausgang. Das ist mir vor dir lachen. Schaut mal gucken. Ich habe das Radle. Ich habe das Radle. Das ist nicht das Radle. Aber das Radle. Das Radle. Und jetzt? Schaut ja gut an. Scheiße. Schaut ja gut an. 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 Augen zu. . . . . . Anselm. Shit! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hola, hola. Da muss ich nochmal hin. Ja, noch was. Das war's für heute. Was ist das? Sorry! Keine Absicht! Na sag mal! Oh! 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 Yeah, yeah! Chaka! Ah, toll. Der ist wieder weg. Scheiße. Nicht schlecht, mein Freund. Ja, mach kurzen Prozess mit der Sackgasse. Der ist wieder weg. 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 für dich mitgebracht. Leon, schießt auf! Oh, klar. Sehr schön. Genau wie geplant. Alles klar. Gehen wir in den Rest. Nein. Nein. Ja, sag mal. Ah ja, gut. Jetzt weiß man, wie es geht. Nach Ihnen, werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Hey! Zwei, die passen. Und wir geben von uns rein. Überlast den hier, wir. Und wir haben also zu strafen. Be Silke. Ja! Oh nee! Kommt der noch zu ihr? Kommt der noch zu ihr? Luis, die Welt da! Das ist ja noch untergefallen, das Nice! Das wollte ich sehen! Der andere macht nichts zu sein! Oh! Sorry! Handeln's on point cross for set, Nick! Hey! Will this do him? Shit! Keine Chance bei der Rüstung! Leon! Hier drüben! Lieferung! Ha! Hab ein kleines Geschenk für dich mitgebracht! Leon! Schieß drauf! Sehr schön! Genau wie geplant! Alles klar! Geben wir ihm den Rest! Perfektes Climbing! Hey! Ich glaub wir können wir durch! Ah, es ging ja noch! Oh! 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 Na los! Na los! Hä? Ja! Wie sieht's aus? Okay! Ist offen! Oh! Mann, war das anstrengend! Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden! Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt! Eingeschlossene uralte Bernsteinvorkommen! Na klar! Was auch sonst! Weriste des Leisemnischen Trennernチowel hin Dollar nicht hat! Puh! Puh! Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Schieb uns an, Sancho. Wen nennst du hier Sancho? Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit geben. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Wir entgleiten! Gängeln! Hey, wir kippen zur Seite! Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey! Weckst nur der Flach! Wenn nicht, sind wir Matsch! Wir kippen zur Seite! Wir kippen zur Seite! Wir kippen zur Seite! Ich kippe sie auf! Da vorne! Schieß auf die Bretter! Haben wir sie abgehängt? Linkskurve! Es geht nach rechts! So. 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 Na ja, coole Frage Was? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Nee. 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 Fahir, da haben wir es noch. Da, 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 da! Da, 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 da! Holz! Ja, so viele! Da, 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 da! F***! F***! Aus dem Weg! F***! Zweiter! F***! 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 Was? E-Best, zwei Weil ich vor ein paar übersehen habe es... Weiter geht's! Nicht nochmal! BOOM! 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 Mehr Dretter! Links drüber! BOOM! 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 Wie geht's? Tem? BOOM! BOOM! Oh, hey, good baby! Endstation, Arschloch! Scheiße, das Ding wird kippt! Wir entgleisen! Wissen Sie, mein Herz! Schau mal! Dort haben Sie die Feuerkuchen ausgeplastet! Da! Das ist ein Biss! Die Bremse! Eww! Was? Dein scheiß Ernst! Spring! Hey! Luis! Hilf mir mal! Was habe ich über das Vorwarn gesagt, Sancho? Frag halt! Oh, Mann! Aber eigentlich passt das ganz gut! Komm! Wir nehmen den Lift! Warte! 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 Womit habe ich das verdient? Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin! Na los! Was? Ist das nervig! Ich habe bestimmt noch was angekraut! Warte! Oh, nein! Ich habe es geahnt! Ich habe es geahnt! Pass auf! Diese Dinger können sich tragen! Ich habe es geahnt! Oh, der ist, okay, ich darf's goerst. Es nimmt kein Ende. Noch wer? Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es ist ein schönes Messer. 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 Wir fangen gerade erst an, Rookie. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich habe mich hierzu entschieden als freier Mann. Zu langsam. Major, Sie können nicht klar denken. Ich denke klar wie nie zuvor. Jetzt konzentriere dich. Ich weiß nicht, was du kannst. Ein Soldat wie Sie, der für solche Irren arbeitet. Wieso? Schon vergessen, was vor zwei Jahren passiert ist? Operation Javier? Operation Javier. Meine ganze Einheit. Und unsere Regierung hat einfach zugesehen. Hast du in den letzten zwei Jahren gar nichts gelernt? Mehr hast du nichts drauf? Sie haben uns getötet. Keine Eben. Keine Gnade. Nur zerstörerische Kraft. Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu wollen? Krauser. Ich verstehe Sie ja. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Du bist immer noch ein Kind, das sich an eine Fantasie von zu und böse klammert. Warte, wer von hier ab? Wartet, Rookie. Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung. Sieht nicht gut aus, mein Freund. Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Hey, Ashley. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Hey. Wieder ein Kapitel geschafft. My dad. This is so nice to me.